Welche Jahreszeit liebst du mehr? Ich liebe am meisten den Frühling. 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 Aralik, Ocak, Schubat-Eilere sind ein Sog-Eilere. Dezember, Januar und Februar sind die kältesten Monate im Jahr. Dezember, Januar und Februar sind die kältesten Monate im Jahr. Dezember, Januar und Februar sind die kältesten Monate im Jahr. Dezember, Januar und Februar sind die kältesten Monate im Jahr. Dezember, Januar und Februar sind die kältesten Monate im Jahr. Dezember, Januar und Februar sind die kältesten Monate im Jahr. In den Monaten März, April und Mai dauert der Frühling an. Haziran, Temmuz, Ağustos yaz mevsiminin aylarıdır. Juni, Juli und August sind die Sommermonate. Juni, Juli und August sind die Sommermonate. Juni, Juli und Februar sind die Sommermonate. Juni, Juli und Bear mit dem Jahrzeiten. Juni, Juli und Februar sind die Schülerscheidungen. Ja, ich auch. Alle Jahreszeiten haben ihre eigene Schönheit. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020